Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ihr habt es sicherlich schon festgestellt, ich war über eine Woche weg, ich war arbeiten. Jetzt geht es allerdings weiter mit den Videos und ich werde euch weiter mit Updates und Guides versorgen, sodass euer Hunger auf jeden Fall gestillt ist. Das heutige Thema wird es sein, die Class-Tunings, die uns morgen ab dem 8.2. erwarten. Meine Meinung dazu und wie immer, wenn ihr eine Meinung dazu habt, haut es unten in die Kommentare. Ich würde mich über eure Meinung freuen und jetzt viel Spaß im Video. Ja, mit dem Neustart am morgigen 8. Februar erwarten uns bei einigen Klassen echt krasse Buffs, aber auch einige krasse Nerfs. Schauen wir uns das im Detail an. Wie gesagt, ich werde zu einigen meine Meinung äußern, das ist nur meine Meinung, das muss nicht richtig sein, das muss nicht falsch sein. Wenn ihr eine andere Meinung habt, dann tippt in die Tasten und lasst es mich unten in den Kommentaren wissen, lasst uns darüber diskutieren, würde mich auf jeden Fall freuen. Anfangen an der Stelle würde ich gerne mit dem Todesritter. Der Todesritter bekommt in zwei Specs einen Buff und zwar in dem Blutspec, der allgemein auch bekannt ist für den Tank. Hier werden bei vielen, vielen Fähigkeiten und bei vielen Talenten der Schaden erhöht und zwar massiv erhöht. Wir haben hier zum Beispiel beim Hardstrike 15% Buff und bei Tod und Verfall haben wir einen 20% Buff. Das ist aus meiner Sicht schon ein richtig krasser Buff. Die Blut-DKs werden sich sicherlich freuen, dass sie da im Schaden nochmal ein bisschen weiter nach oben rutschen. Wenn ich mir da so den Tank-Schaden von Kriegern angucke, ist das aus meiner Sicht auf jeden Fall auch gerechtfertigt, dass sie da wieder ein bisschen näher ranrücken. Ansonsten, was mich persönlich sehr freut, ist, dass der Frost-DK einen Buff bekommt. Und was ich meist in Mythic-Plus-Dungeons oder auch im Raid sehe, ist, dass natürlich viele Tanks spielen. Wenn sie DKDD spielen, spielen sie Unholy und sind wir mal ehrlich, ein Unholy ist einfach brutal, was den AOE-Schaden betrifft. Meine Spielweise des Frost-DKs war es eigentlich immer, dass ich den präferiere, weil ich es irgendwie cool finde, mit zwei Schwertern in der Hand rumzurennen und das rumzuwirbeln. War eigentlich immer eher mein Playstyle, wenn ich ehrlich bin. Von daher freue ich mich, dass der Frost-DK einen Buff bekommt und wir den hoffentlich auch wieder häufiger sehen. Würde mich auf jeden Fall sehr, 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 sehr freuen. Die nächste Klasse, die am 8. gebufft wird, ist der Wächter-Droide. Allein schon, dass Iron-Fur bzw. Eisenfell um 20% erhöht wird, was die Tank-Fähigkeit des Droiden darstellt. Dadurch hält er einfach mehr aus, er bekommt einen Rüstungsbonus. Dass die um 20% gebufft wird, sagt, glaube ich, schon eigentlich alles aus. Ich persönlich finde es cool. Ich mag die Diversivität in WoW. Jeder soll das spielen können, was er gerne möchte. Und irgendwo finde ich es auch cool, dass Blizzard da die ganze Zeit versucht, da ein richtig cooles Balancing hinzubekommen. Von daher freue ich mich, dass der einen Buff bekommt. Was mich nicht so freut, ist, dass der Heildroide, der Wiederherstellungsdroide, die Heilung um 3% reduziert wird. Ich glaube zwar nicht, dass man das großartig merken wird, weil der Droide ist im Moment einfach Meta. Der Droide ist super hilfreich in Raids. Allein unsere Heilerin im Raid ist einfach insane, was die an Heilung rausholt. Ich mit meinem Priest, ich komme da auch einfach nicht hinterher, wenn ich ehrlich bin, was mich ein bisschen traurig macht. Aber trotzdem macht es super viel Spaß, mit einem Droiden gemeinsam im Raid zu heilen. Ob diese 3% Verringerung an der Heilung sich da so wirklich unfassbar krass auswirken, werden wir dann ab nächster Woche feststellen. Wir spätestens ab nächster Woche Sonntag im Raid feststellen. Und dann wollen wir uns das mal anschauen. An der Stelle nächste Woche Sonntag im Raid. Damit ist natürlich der kommende Sonntag gemeint. Ich habe mich dazu entschlossen, wieder auf Twitch zu streamen. Hier unten eingeblendet. Seht ihr jetzt, wie mein Name auf Twitch ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr am Sonntag dabei seid und auch zwischendurch mal so einschaltet auf Twitch, wenn ich live bin. Abonniert dort auf jeden Fall meinen Kanal. Ich würde mich freuen. Und wir können dann auch ein bisschen mehr interagieren, wenn ihr das möchtet. Jetzt allerdings weiter mit dem Evoker. Der Evoker bekommt einen Nerf bei Erhaltung. Also auch der Heiler-Evoker bekommt einen Nerf. Dort wird die Heilung um 5% reduziert. Ich kenne eine Evokerin, die bei uns im Raid heilt, die darüber sehr unglücklich ist. Aber ich glaube auch hier, dass man die 5% sicherlich auch merken wird. Aber ich glaube, overall gesehen wird das dem Ganzen keinen Abbruch tun. Ich glaube, da geht es wirklich einfach darum, dass auch die Heiler-Klassen wieder ein bisschen näher aneinander rücken. Ja, und jetzt ein aus meiner Sicht krasser Buff. In allen Specs, in allen Spezialisierungen, denn der Hunter bekommt sowohl der Beastmaster, sowohl der Marksman als auch der Survival, also Überleben, Treffsicherheit und Bestienbeherrschung, bekommt der Jäger einen Buff um 5%. Ich glaube, jeder Hunter klatscht gerade in die Hände und freut sich. Ich finde es mega cool. Auch unsere Hunter M-Rate werden sich darüber sehr, sehr freuen. Würde mich interessieren, was ihr denkt. Dieses Ganze hin und her beim Jäger, wenn man sich so die Class-Tunings anguckt, dann noch die Anpassung der Talente. Scheint mir das so ein ziemliches Auf und Ab beim Hunter zu sein. Bin ich gespannt, was ihr darüber denkt. Haut es gerne unten in die Kommentare. Dann haben wir eine weitere Anpassung beim Mönchheel. Der Monk, ich sehe ihn immer noch super wenig. Mag vielleicht auch ein bisschen an dem Playstyle von dem Monk hier liegen. Aber alles in allem wird der jetzt gebufft. 3% bei aller Heilung und dann nochmal einen Buff bei den unterschiedlichen Fähigkeiten und bei unterschiedlichen Talenten. Das heißt, hier können wir wirklich von einem erheblichen Buff sprechen. Vielleicht führt das dazu, dass wir den auf jeden Fall häufiger sehen. Ich persönlich habe den Eindruck, der Nebelwirker wird sehr, sehr wenig gespielt. Was ich, wie gesagt, super schade finde. Vielleicht ändert das das ja. Beim Paladin erwartet uns ebenfalls ein Buff und zwar für den Tank-Paladin. Hier wird der Schaden erhöht von einigen Fähigkeiten und das sogar bis zu 30%. Auch das ist wiederum nur eine Anpassung aus meiner Sicht, um die Tanks ein bisschen näher zusammenzubringen, was den Schaden angeht. Wenn man sich zum Beispiel einfach so einen Krieger-Tank anguckt, das ist einfach wirklich unfassbar insane. Und auch einen DH-Tank anschaut, das ist unfassbar insane, was die an Schaden fahren können nebenbei. Ich glaube, das tut dem ganz gut, dass die Tanks wieder ein bisschen näher zusammenrücken und man dann auch in M-Plus nicht mal nur einen DH und einen Krieger sieht, sondern auch wieder andere Tank-Klassen interessant werden. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Buff, der mich natürlich persönlich freut. Der Priester, Holy Priest, wird die Heilung um 3% gebufft. Das wird aber auch Zeit-Blizzard, muss man ganz ehrlich sagen. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Ich freue mich natürlich, dass der Holy Priest um 3% gebufft wird, hatte aber nicht das Gefühl, dass ich unbedingt einen Buff brauchte. Also, Blizzard hat die Daten, das Ganze wird gut begründet sein, von daher, hey, ich nehme es gerne mit, 3% mehr Heilung. Richtig cool, freue ich mich. Und jetzt kommen wir zum Schamanen. Auch der Schamane wird gebufft. Hier bekommt die Heilung einen Buff, besonders der Wiederherstellungs-Spec. bekommt einen Buff. Wir haben ja bei einzelnen Heals einen Buff um 10%. Und dann nochmal für den Wiederherstellungs-Schamanen, im Wiederherstellungs-Spec, haben wir dann auch nochmal bei einigen Spells einen 10%igen Buff. Mit der letzten Anpassung des Schamans ist der jetzt wohl, aus meiner Sicht, wieder sehr, sehr attraktiv zu spielen. Gerade zum Start von Dragonflight hat man Schamanen eher gar nicht mitgenommen. Er war nicht, ich habe auch wenige Healschamanen gesehen, was ich persönlich super schade finde, weil ich die Klasse super cool finde. Gerade auch, was die ganzen Utilities angeht. Ich habe immer eigentlich super gerne einen Schamanen mitgenommen im Raid. Hoffentlich, hoffentlich haben wir den jetzt wieder häufiger dabei. Freut mich für euch Schamanen da draußen. So, und zu guter Letzt bekommt auch der Hexenmeister eine kleine Anpassung. Hier werden bei einzelnen Fähigkeiten, die den Hexenmeister insgesamt betreffen, um 35% erhöht. Ihr könnt euch mal hier die Notes der Entwickler durchlesen, was die dazu sagen. Aber auch haben wir Anpassungen im Dermonologie als auch im Zerstörung-Spec. In Dermonologie werden einzelne Fähigkeiten, beziehungsweise wird der Schaden von einzelnen Fähigkeiten um 15% und um 30% erhöht. Und bei Zerstörung beim Destruction-Hexenmeister wird der Schaden von Seelenfeuer um 20% erhöht und ein Erscherungsschaden um 5% erhöht. Und das war es auch schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Like da. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Wie gesagt, ich bin jetzt auch auf Twitch. Kommt gerne rüber. Sifa171 ist mein Name dort und nochmal eingeblendet. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß in Dragonflight. Mein Name ist Sifa. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.